Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist ein Brachsmö Das ist ein Brachsmö Das ist ein Brachsmö Das ist ein Brachsmö Boah, Papi, das ist Petri Heilreif Fett Das ist ein Brachsmö Wer? Fett Wer? Wer? Das ist ein Brachsmö Wenn es ein Karpel gewesen wäre, weiß ich Aber Brachsmö Ich habe noch einen Das ist sogar Petri Heilreif Du hast auch einen Massstab Das musst du immer ins Petri Heilreif Wieso? Das war sicher nicht Aber sie wäre rein Mach ein Foto Ja